Also, äh, ist alles in Ordnung? Kannst du euch was über dich erzählen? Die Profite haben abgenommen. Die Magda waren Diener eines Erzengels, den wir besiegt haben. Als der Boss geflohen ist, wurde vielleicht ihre Gierende Geburtstag. Ich traue ihr noch immer nicht. Keine, keine Chance. Ein Sonniges Gemüt hat sie ja nicht gerade. Sonniges Gemüt? Nehmen wir sie doch Sunny. Schließlich braucht sie ihren Namen. Bitte. Makler, Bankrott, nichts mehr übrig. Vielleicht existieren die Makler nur, um ihre Arbeit zu machen. Und jetzt weiß sie nicht, was es sonst noch gibt. Wie eine Maschine ohne irgendeinen Zweck. Oh, du armes Ding. Du hast doch jede Menge Zeit für einen Neuanfang. Neuanfang? Vielleicht wäre der erste Schritt, dir neue Sachen zu besorgen, Sunny. Es ist bestimmt nicht toll, den ganzen Tag diese Bürokleidung zu tragen. Nach dem Schiff, Face, Jimmy Jewel, treffen wir uns beim Schneider von Hafenstadt. Er ist auf der oberen Ehe von Hafenstadt, direkt nördlich von mir. Okay. Ich habe keine Fusionsenergie, oder? Ich habe Fusionsenergie. Okay, okay. Jeder Makler? Äh, der Schneider? Hm. Okay, ne, das ist nicht der... Was ist denn der Schneider? Hier? Nein, du bist auch nicht der Schneider. Ja, für euch beiden. Muss ja sein. Bist du der Schneider? Du bist der Schneider. Oh. Hey, alle sind da. Ich will mir auch nicht sicher auch wieder helfen sollen. Hast du schon vergessen, dass ihr ehemaliger Arbeitgeber versucht hat, die Insel zu benehmen? Hm? Aber wie, da schneidet einer raus. Also Sunny, ich bringe dich hierhin zurück und du kannst dir ein paar neue Outfits ausruhen. Auf meine Kosten oder was? Okay. Okay, das ist okay. Ich weiß nicht so recht, Katie. Ich weiß nicht so recht, Sunny. Verstehe ich. Das ist nicht die Richtung, die ich mir für dich vorgestellt hatte. Äh, sieht nicht aus, als würdest du dich daran wohlfühlen, Sunny. Wie wäre es, wenn wir etwas anderes ausprobieren? Nein. Ich finde, ich sehe gut aus. Da besser als in klein, aber ja, heißt es ja... Kann man nehmen. Ich, Katie. Sehe nur ich das so, oder ist Sunny... Absolut unwerfend? Nein, das siehst nicht nur du so. Okay, die war ein bisschen ärgerlich. Okay. Das bin jetzt ich. Danke für die Hilfe. Danke euch allen. Ich habe gerade ziemlich überstimmte Gefühle. Wir freuen uns, dass wir helfen können, Sunny. In der Hafenstadt kann jeder neu anfangen. Es ist doch nur fair, dass das auch für Zombie-Magler gilt. Magler sind keine Zombies. Magler sind Gefäße, erschaffen, um zu arbeiten. Nicht mehr. Von nun an werde ich versuchen, stattdessen Sunny zu sein. Okay, das habe ich zu schnell vorgelesen. Das macht so Rinsinn. Aber... Du hast noch mal verwünschen gelernt. Hi. Hi, Jimmy, Jewel. Was ist meine Quest? Der neue Käpt'n. Achso. Hey. Macht mir Angst. Macht mir einfach nur Angst. Na komm, Jante. Hey. Right. Hey. Du stehst auf mir, Wilma. Ja. Das haben wir alles schon gesehen. Let's skip it. Hm. Good luck. Soll er nicht zurückhalten? Soll ich einfach nur ins Gesicht treten? Bälle. Aha, aha, aha. Okay, okay, okay. Wir haben gerade Multischuss. Das soll ich eigentlich nutzen. So, Schallknoll. Ich habe hier eine Fliege im Haus. Das ist unnötig schlimm. Eine einzige. Eine Energiewelle braucht man nicht. Ja, Wilma kriegt er durch AP startet. Das ist doch nicht so schlimmer, wie wir auch AP kriegen. Wenn wir von Wilma eingegriffen werden. Ach stimmt, Monddrung hätte ich machen können. Da habe ich nicht gedacht. Am Monddrung habe ich jetzt nicht gedacht. Ups, ich müsste eigentlich erst einen Tod machen. Aber ich halte Wilma stärker als Jantel eigentlich. Du Klonalstrahl. Aber der geht auf beide. Das ist ein bisschen blöd. Ich würde heilen, weil die sich jetzt eh fusionieren. Ja, die fusionieren nicht. Doch, ich wollte schon sagen. Rubinbälle. Ja, nein. Ich kriege zwei, ne? Ich fühle schon. Das war ein Quit. Das hat Aua gemacht. Ich bin zurückgeschreckt. Ich bin zurückgeschreckt. Ähm. Ich hab wühlen, ich mach, weil ich Berserker bin. Das ist gut gegen Plastik und Luft. Ja, ich muss auf jeden Fall gegenheilen. Was ist denn Plastik und Luft? Das muss ich nachgucken. Interessiert mich jetzt. Wegen Luft ist Feuer. Äh, nee. Ich muss ja Luft verteidigen. Astral ist gut. Eis ist gut. Strom ist gut. Plastik. Ja, Erde. Okay, 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 okay. Gucken wir mal. Oh, Eis, meine Fusionskraft macht nicht viel Schaden. Aber ich glaube, ich kann das gewinnen. Komm, du bist zurückgeschreckt. Was ist denn mit deinem Müllstrahl? Ey, sie sind eine Fliege, ne? Ich weiß nicht, wofür ich eine Katze habe. Ich werde nicht mehr Berserker. Ich könnte gleich die Javüre hinhauen und dann... Ja, das ist egal. Da ist ein paar Doppelattacken hinterher rum. Jetzt muss ich die Fusionskraft zu den Reihenreihen erinnern. Oder 71 Schaden ist aber echt nicht viel. Es ist wirklich mal aufgefallen, dass alles, was mit, äh, ja, Figuren, die den richtigen Körper haben, in Anführungsstrichen, fusioniert, die spucken alle aus den Händen raus. Ich bin noch nicht voll. Ich bin noch nicht voll. Geht nicht. Ey, der P lieber werde ich wieder kriegen. Äh, wir können auch zweimal Heimwerb, wir, wir zergen uns da jetzt durch. Wir zergen uns da jetzt durch. Das sind 200. Wie viel habe ich denn? Ach, ich habe keinen Multischuss mehr, ne? Ja, okay. Ich wollte so einen Surycan, aber wir können so den 90, das heißt 180. Auf mir AP abzuziehen, ist doch eine Frechheit hier. Ich bin noch ein Berserk, 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 Berserk. Fünf. Wenn ich die jetzt abgebe, dann kriege ich zwei wieder, dann bin ich wieder bei fünf. Das macht es. Da ist immer noch nicht genug Schaden, das lohnt sich nicht, das zu benutzen. Ah, okay, ich muss heilen. Sonst ist die nächste Fusionsfähigkeit, meine Fusionskraft, mein Tod. Das ist ein Crit, oder? Ach, schon immer so viel. Aha, natürlich hast du jetzt zurück. Pass auf. Sind wir... Nein, ich bin wieder... Ah, die überleben wir aber noch, ne? Natürlich hast du wieder eine Zurückerstattung. Jetzt müssen wir alles raus, was wir haben. Nichts höheres. Nichts höheres. So. Oh, wir haben gewohnt. Boah, pure Erleichterung, Freunde. Wir haben gewonnen. Pure Erleichterung. Nicht übel, gar nicht übel. Du beeindruckst mich stets auf neue. Die Geschichten stimmten. Was für ein Kampf. Hier, das gehört... Wo sind die anderen Charaktere, die gerade noch um uns rumstehen? Marke des Käpt'n. Bin ich der Müllkäpt'n, oder? Was bin ich? Das bedeutet, du bist jetzt offiziell ein Ranger-Käpt'n. Die Leute werden sich an dich wenden, damit du hilfst. Sie auszubilden... Damit du hilfst, sie auszubilden. Genau wie die anderen Käpt'ns dich ausgebildet haben. Du weißt vielleicht, dass ich die erste Person auf Neu-Viral war. Die sich mit einer Kassette in ein Monstergestell verwandelt hat. Seitdem stellten mir die Leute stets dieselbe Frage. Wie funktioniert das mit den Kassetten überhaupt? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Möchtest du wissen, was ich denke? Ich denke, aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet gibt es Absolut Sinn. Menschen erschaffen Kunst, wie zum Beispiel Musik. Kunst ist etwas Imaginäres und nicht Greifbares, das nur in unseren kollektiven Forschern existiert. Dann gießen wir die nicht greifbare Musik in physische Form. Wie zum Beispiel Kassetten. Das macht sie zum perfekten Brücken zwischen der körperlichen und... Ja okay, aber das würde ja immer noch heißen, dass wir im Koma liegen. Ich glaube, das ergibt auf gewisse Art und Weise Sinne. Du hast das Schwarze-Brett-Format noch gesehen, oder? Falls Auszubildende ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen müssen, hinterlasse ich dort eine Nachricht. Jetzt werde ich mir aber erstmal eine längst überfällige Pause gönnen. Wenn du deine Erkundung der Insel fortsetzt, melde dich doch bei deinen Captain-Kollegen. Sie werden dich sicherlich zu der Befolge kontrollieren. Die waren doch gerade noch alle hier. Ah, ich bin Ranger-Captain. War anstrengend. Wait, wo bin ich denn jetzt? Oh, so wir auf einmal... Achso, ja, okay. Ist das was für Links gewesen? Hey, guck... Was ist das? Können wir aber eigentlich kurz hier die Captains abreißen, die hier sind? Das funktioniert super. Just saying. Hey. Oh Gott, wir haben das Gott sei Dank geschafft. Wenn wir auch alles benutzen mussten, was wir hatten. Aber das mit dem Gin-Tonic hat doch sehr funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Aber mit dir schon gekämpft. Ich wäre wahrscheinlich mit allen schon gekämpft. Mit dem Gin-Tonic hat nicht so zu 100% funktioniert, aber es hat gereicht, um mit Kaylee... Yante und Wilma... ...tot zu zerren. Wie der Ranger, der immer aufliegt. Laut meiner Faktion bist du nun einer von uns Ranger-Captains. Bei einer hohen Arbeit, möchtest du eine Revanche? Äh, nee, gerade nicht. Du bist doch nicht bereit, Lugian-Captain. Es ist gut, seine Grenzen zu können. Ich... Okay. Ich soll Revanche-Kämpfe gegen die machen. Das ist der Sinn des nochmalsrechten. Okay, okay, okay. Das ist aber nicht das, was ich gerade vorhabe. Ja, die haben ja immer mal erzählen, was ich strebt. Finde ich gut. Äh, wir haben noch den... Genau. Yola können wir auch leicht machen. Eigentlich würde ich erstmal den Gipfel vollenden, aber ich habe da keinen Leuchtturm gesehen. Ich weiß nicht, wo der Leuchtturm sein soll. Oh, das ist gerade ausgeruht, ne? Sieh eine Ahnung, wenn das mal nicht unser neuestes Avenger-Camp ist. Wolltest du heute groß mit mir ausgehen? Oder vielleicht ist es doch was anderes. Bist du hier, um nochmal mit mir in den Ring zu steigen? Ja, komm. Ich glaube, ich mache die doch eben, wenn ich einmal hier bin. Die sind jetzt auf meinem Level, ja. Personieren wir? Kann nicht. Unlucky. Aber, das kann ich auch. Das kann ich auch später machen. Kein Schaden. Okay, das sollen wir, glaube ich, auf jeden Fall später machen. Das sollen wir später machen, nachdem wir vernünftig ausgerüstet sind. Aber das Gefühl, das wäre später. Das ist jetzt. Kann ich dir jetzt das mit. Weil ich gerne das machen wollen würde. Habe ich das nicht mit Gin Tonic gemacht? Warum hat das bei mir jetzt ne... Okay. Was ist hier jetzt ein Lucky gewesen? Oh, nichts mehr zum Hallen, ne? Warte mal. Du sollst kämpfen. Ich glaube gerade nicht hin. Aber mit den Hundejahren ist Powernapper wirklich mies. Nur Nahkampfangriffe, ne? Und da jetzt beide Kontaktschaden haben, ist das eigentlich auch schon egal, oder? Tja, voll rein. Ob ich sagen muss, ich finde es ein bisschen blöd, dass die auf einmal so viel höher sind, dass hätten sie das Level irgendwie gleich lassen sollen, oder zumindest mir anpassen sollen, oder so. Dass die über mir sind, weiß nicht. Wie viel hast du davon jetzt noch? Obtesma, das haben wir auch noch nicht gesehen. Das war ein schöner Crit. Das war ein schöner Crit. Das war ein schöner Crit. Ich hatte jetzt ein Gin Tonic. Ich hatte jetzt ein Gin Tonic. Ich hatte jetzt ein Gin Tonic. Oh. Okay, das war lucky. Das war unglaublich lucky, dass die darauf nicht... Da habe ich ja den Bau nicht aufgehört. War schon wieder gewonnen. Ich schätze, daraus können wir beide etwas lernen. Allerdings weiß ich nicht was. Den Teil überlasse ich dir. Ähm, da bin ich ganz ehrlich... Nein, komm schon. Ähm, da bin ich ganz ehrlich... Da habe ich nicht... Da war ich... Da habe ich nicht drauf geachtet, dass ihr durch die Fusion... ...detail mal ausgelaufen war. Ja, ich habe wirklich, das wäre es jetzt gewesen. Aber ein bisschen lucky, muss ich zugeben. Es gibt fusioniertes Material. Wir sind eh einmal hier. Ich versuche jetzt nochmal... Ich weiß gar nicht mehr, wer hier ist. Aber ich habe es gerade gelesen. Ja, ich bin heute müde. Spiel doch, bitte da. Oh. Danke. Judas. Judas. Da würde er ja auch fusionieren, oder? Ich habe nichts gegen. Hier würde er halt nicht viel Schaden gemacht. Ich muss eigentlich nur mehr Tanken haben, die einzeln sind. Wenn ich den AP-Stator auf, den ich drauf habe. War ja echt kein Schaden. Er muss ja ganz fairerweise sein. Wenn ich nicht blöd bin... ...weiß nicht, dass ich nicht blöd bin. Aber... ...dann ist Abwehrhaltung nur bei Nahkampfangehörungen interessant. Ich habe anscheinend recht. Ah, Heilblatt-Abzug ist gerade egal. Interessiert mich nicht groß. Aber... Das war jetzt viel, aber... Der Giville macht wirklich keinen Schaden. Da muss ich mir mal was anderes... Vielleicht kann ich doch Kopfschuss mitnehmen. Vielleicht doch Kopfschuss mitnehmen. Mal gucken. Die macht echt nicht viel Schaden. Gut, ich habe den Gin-Tonic noch nicht gebacken. Das muss ja zu sein. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt erstmal um dich, Judas. Judas Priest. Ich glaube, ich gehe auch weiter nur auf Judas. Ich glaube, ich gehe auch weiter nur auf Judas. Einmal, einmal Aussaugung weg. Ah, das war es für Gin-Tonic. Das war es nicht für Gin-Tonic. Das war es für Gin-Tonic. Und ich würde immer... Was? Das macht keinen Schaden. Ähm... Schaden über Zeit. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Bis zum nächsten Mal.